Ja, er ist da unten. Nice one. Wer hat er sich gerettet? Ihr wollt schon sagen. Nächster unten. Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Skywars mit dem Verzauberater. Fahrzauberer-Kit. Und ja, dies ist eine ganz spektakul-level-map. Wo ich noch... Aber bei dieser Mal kann, darf ich mich nicht rüberzubauen. Also. Okay, als Verzauberer kann ich einfach verzaubern, na ist klar. Das auch mal gut ist, wenn man nicht gleich am Anfang stirbt ist. Okay, dann geh ich jetzt einmal hier rein. Da konnte ich mich nämlich nicht runter-echsen. Und wo ist jemand verzaubert? Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Blind, blind. Ne, da oben ist er doch. Ne, very blind. Ja, er ist da unten. Nice one. Wer hat er sich gerettet? Und der wollte schon sagen. Nächster unten. Oh, ich liebe diese Map. Oh, Mist. Hab ich nicht mehr getroffen. Okay. Na, den treffe ich nicht. Ich darf mich halt... Die treffe ich alle nicht. Weil die zu weit entfernt sind. Nachdem noch fünf... Spiele... Oh, fast hätte ich ein 360 gemacht. Zauber-Duck-Kick ist, ja. Ist nicht gerade... Oh. Oh. Ich dachte schon, der so wird für den Hohlkopf, wie ich bin, ne? Oh, jetzt hab ich da was draus gemacht. Was denn ein bisschen noch da? So, jetzt kann ich eigentlich nicht mehr viel machen hier. Das hat sich keiner zu mir rüber gebaut. Zauber, ich hab keine Hose. Doch, hier ist ne Lederhose. Okay. Mist. 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 Okay Okay, I don't want to be sent Warum habe ich den nicht getroffen? Mist Mist Ja, endlich Und wo ist der Nächste? Oder hat er, er könnte sich nach Theorie des Retten Also ich würde mich wahrscheinlich sogar retten Oh mein Gott What? Dort ist er nicht mehr Ich brauche mal hier meine ganzen Ich bin Ampli Was? Okay, das ist... Nein, 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 nein! Runter mit dir. Ist dir gefallen? Ja, ist er und ich springe jetzt hinterher ins Wasser. Nein, ich springe, wollte nicht hinterher ins Wasser springen. Ich wollte eigentlich... ...da hin springen, damit er sich nicht mehr retten kann. Da hat er bestimmt schon gerettet. Oh nein, der Crap. Da hat sich alles zu... Ich muss anfällst noch hochgehen. Und dann den nächsten nehmen. Alter, nein! Und tschüss. Oh, GG, das war dumm gemacht. Ich hätte... Mist, Mist, Mist. Ich hätte noch zu einem anderen gehen können. Aber der hat mich dann irgendwie da so runtergeschlagen. So ganz komisch. Und den Kill da noch ausgeglichen, ne? Leute, da würde ich sagen... Was hat für diese vierte Folge... Verzaubern war nicht richtig gekommen. Das war eigentlich nur eine... Ne, ähm... Ja, so eine... So eine... Dingsschlacht da. Ähm, wie nennt man sich das? So eine... Schneeballschlacht war das in dem Sinne. Ich habe eigentlich gar keinen einzigen Schlag mit einem Schwert gemacht. Eigentlich hätte das Verzaubern eigentlich nicht sein können. Alter, hätte das Verzaubern eigentlich nicht sein müssen, ne? Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Uh, mein Stift ist weggeflogen. Tschüss.